Ja, neue Aufnahme-Session. Willkommen zurück beim Mother Simulator und das Let's Play neigt sich den MDR entgegen. Und ich versuche das in dieser Aufnahme-Session heute mal alles fertig zu bekommen. Ich bin mir da aber noch nicht so ganz sicher. Wir sind nämlich jetzt bei 10. Und da habe ich mir jetzt auch das schöne Video angeschaut. Und wo ich das gerade aufnehme, ist nicht Silvester, aber einen Tag später. Und ja, so jetzt erst einmal. Ich muss jetzt erst einmal wieder reinkommen. So. Zack, dann muss ich mir einen Kaffee machen. Dann nehme ich die Tasse. Dann muss ich das anmachen. So. Ja, so ging es uns schon mal perfekt los. War das jetzt schon der Kaffee? Ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Egal, wir machen noch einmal Restart. Ich probiere es einfach mal. Ich muss reinkommen. Ich muss ja auch erst einmal schauen. Ich glaube, ich werde mir erst einmal den Kaffee machen. So. Genau. Dann das an. Tasse hinstellen. Das nehmen. So. Perfekt. Das dann wieder hinstellen. Dann jetzt, ähm... Sainupi nehmen. Da sind wir, haben wir jetzt wenigstens ein bisschen, ne? So. Schön. So, was willst du dann? Ich wette, wir haben jetzt irgendwas mit Spielzeug. Spielzeug. Gelbe Rassel mit pinken Herzen. Jetzt muss ich wieder schauen. Gelbe Rassel mit pinken Herzen, hier. So. Gönn dir. Okay, ich mache mir mal wieder einen Kaffee. Das rein. So. Huch, das habe ich jetzt aus Versehen dahin. Egal. Kaffee. Lecker. So. Was willst du dann? Dann willst du deine Flasche. Wo auch immer die Flasche. Wo ist die Flasche? What? Willst du mich verarschen? Mein Junge. Ähm. Leute, wo ist die Flasche? Das ist jetzt ganz blöd. Ähm. Ich weiß nicht, wo die Flasche ist. Alter. Ist jetzt hier irgendwo drinne? Da ist ein Messer. Kannst du irgendwas drehen? Leute, wo denn das hin? Ist die da irgendwo? Eine Flasche. Da ist noch irgendein Babypuder. Ich sollte mir mal... Ich mach mir mal noch mal wieder einen Kaffee. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Ich sollte mir das hin. Hallo? Biss du? ich glaube ich sollte mir egal vielleicht die umschrank ich weiß nicht das doch scheiße du sollst doch einfach nur da drauf gehen perfekt der mittel wird bestimmt auch weg egal keine ahnung wo ist seine scheiß flasche leute also entweder ich bin jetzt komplett blind anscheinend ja nicht ich muss mir einen kaffee machen zu knapp rein da ja das wurde zu knapp naja dann muss ich halt noch mal gucken wo sein scheiß teil ist schauen wir das jetzt eben an so jetzt macht er sein kaffee dann will er seine kaffee dann will er sein anderes teil genau flasche die flasche steht da hab ich die da irgendwo ach gut wir machen das jetzt wir sehen pro wir tun das jetzt go ich sehe schon aber erst mal machen wir das hier so ganz schnell schnell anmachen so rein da das an so das zack hinstellen dann sein nupi nehmen sauber machen so scheiße da hab ich wieder irgendwas geworfen was war das das war die tasse schmiedsing nicht hink ich habe das in städt zum hier ist die egal so der will jetzt was für pink mit gelben herzen das die die ist die nicht hier hallo schmiedsing so da wird er seine flasche kann ich dann schon mal machen schön dann da war ja das drin dann muss da jetzt noch irgendwas rein ja genau das puder oder da ist das puder so ach man fuck you hinstellen puder nehmen so dann das nehmen sauber machen drauf geben dann schnell jetzt kaffee machen das nehmen das rein so was willst du dann dann willst du noch deine windel genau so rein da dich nehmen dort hin tun so dann dich erstmal hier ach dann dich jetzt einpudern neue nehmen so dann was willst du dann deine ok orange mit blauen herzen ja blau oder blauen herzen genau orange mit blauen herzen orange wo ist orange ok ich muss erstmal ich glaube ich hatte sie gesehen aber egal so das machen so